Eigentlich bin ich nur am Essen, dann bin ich zufrieden. Meistens esse ich nur ein Pompons, aber manchmal auch, also ziemlich oft auch, stecke ich mir mindestens fünf Pompons in den Mund, hmm lecker und ja der Mund muss voll sein. Ohne Essen werde ich so furier. Ich habe eigentlich immer Hunger. Als ich nichts anderes essbares gefunden habe, weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Klopapier genommen und habe mir Kakao zugemacht und das habe ich dann aufgegessen. Meine T-Shirts sind eigentlich Nachthemden, aber fällt ja nicht auf. Ja, 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 ja. Dann werde ich so furier. Ich habe eigentlich immer Hunger. Als ich nichts anderes essbares gefunden habe, weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Klopapier genommen und... Eigentlich bin ich nur am Essen, dann bin ich zufrieden. Meistens esse ich nur ein Pompons, aber manchmal auch, also ziemlich oft auch, stecke ich mir mindestens fünf Pompons in den Mund. Mh, lecker! Und habe ich mir Kakao zugemacht und das habe ich dann aufgegessen. Ja, der Mund muss voll sein. Ohne Essen... Ohne Essen...